Raus und wieder rein. Schlaues Hündchen. Man lernt am besten Schritt für Schritt. Und los geht's. Eine Pfote vor die andere. Mein kleiner Schüler hat sich sehr angestrengt. Ja, Chelsea, die Pflege ist nötig. Sein Fell ist schmutzig. Keine Angst, ich kümmere mich um dich. Zeit zum Abduschen, Kleiner. Hm, jetzt riechst du gut. Du sollst ja nicht frieren. Noch ein bisschen, dein Fell ist noch feucht. Ist es gut gebürstet, dann glänzt dein Fell. Die Fellpflege macht den Unterschied. Hi, Chelsea. Ein neuer Kunde für dich. Siehst wie neu aus, Hündchen. Durch saubere Zähne wird der Atem frisch. Deine Zähne müssen gründlich geputzt werden. Deine Zähne müssen gründlich geputzt werden. Dir ging es richtig gut, nicht wahr? Chelsea, der Welpe ist dressiert und bereit für die Fellpflege. Entspann dich. Du wirst es mögen. Versprochen. Wir müssen deine Krallen schneiden. Krallen schneide ich immer vorsichtig. Oh nein, deine Krallen. Fast fertig. Krallen schneiden ist schwierig. Wir müssen deine Krallen schneiden. Krallen schneiden. Ja, Chelsea, die Pflege ist nötig. Sein Fell ist schmutzig. Entspann dich. Du wirst es mögen. Versprochen. Zeit zum Abduschen, Kleiner. Nach dem Baden einmal gut schütteln. Trocknen wir dich mal ab. Noch ein bisschen, dein Fell ist noch feucht. Zauber und trocken. Gutes Hündchen. Ein bisschen bürsten und die Knoten sind weg. Wow, du siehst gut aus. Mal sehen. Scheint, als hätten sie viel Platz. Und? Sie haben auf jeden Fall Spaß zusammen. Ob das passt? Viel Platz zum Spielen für einen Welpen. Schauen wir mal. In dem Haus wird der Welpe glücklich sein. Allerdings... Ich glaube nicht, dass sie sich vertragen. Passen sie zusammen? Sie passen prima zueinander. Allerdings... Ihr Haus ist nicht groß genug. Warum wurde das nicht ausgefüllt? Ob das passt? Lebensweise und Persönlichkeit passen nicht. Und? Sie mögen wohl verschiedene Dinge. Schauen wir mal. Tolle Kombi aus Lebensstil und Persönlichkeit. Leider... Das ist zu wenig Platz für den Welpen. Ob... 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 Mal... Schauen wir mal. Sie sind füreinander bestimmt. Hallo? Ja, kommen Sie her und lernen Sie den Welpen kennen. Wir werden dich so vermissen. Ich hab dich lieb, Kleine. Danke für die Welpenrettung. Hi, ihr Welpe kann nach Hause. Du bist ein Sieger. Meine kleine Freundin wird ausgiebig gekrault. Tschüss, Barbie. Du hast einen Platz in unseren Herzen. Ja, ihr Welpe ist gesund und munter. Gut gemacht, Kleiner. Oh, du schlägst mich ab. Bis bald. Ich kann euch gar nicht genug danken. Natürlich, kommen Sie direkt her. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Hab dich lieb. Ich hab dein kleines Gesicht vermisst. Bis bald, Barbie. Wir vergessen dich niemals. Wir vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020